Fünftes Kapitel Soiree und Ball Um die vierte Stunde des anderen Tages, die Sonne war eben unter, hielten die seit einer Woche kaum noch aus dem Geschirr gekommenen hohen Fizer Ponys vor dem uns aus dem Beginn unserer Erzählung bekannten Hause in der Klosterstraße. Lewin hatte die Leinen genommen und wartete geduldig auf die Rückkehr des Kutschers, der abgestiegen war, um den altmodischen, mit vielen Riemen zugeschnallten Mantelsack in die Frau Hulensche Wohnung hinaufzutragen. Das Gefährt war nicht mehr der nur für eine Nachtfahrt geeignete Sack- und Planschlitten, sondern der leichte zweisitzige Kaleschwagen, mit dem Bernd seine hier und dorthin gehenden Ausflüge zu machen pflegte. Es wurde unserem Freunde nicht schwer zu warten, denn der ganze nordwestliche Himmel glühte noch und die kleine, fast unmittelbar zu seiner linken gelegene, ringsumher von Efeu umwachsene Klosterkirche stand wie ein Schattenbild in dieser abendlichen Glut und nahm seine Aufmerksamkeit gefangen. Von allen Seiten kamen Krähen heran, setzten sich auf die Zacken des Giebelfeldes und berieten sich, wie sie zu tun pflegen, für die Nacht. In der Straße war nur wenig Leben, die Laternen wurden an ihren langen Drahtketten herabgelassen, langsam angezündet und langsam und knarrnd wieder in die Höhe gezogen. Endlich kam Christ zurück und während dieser, ohne wieder aufzusteigen, das Fuhrwerk nach dem grünen Baum hinüber dirigierte, öffnete Lewin die schwere, mittels deines innen angebrachten Steingewichts sich von selbst schließende Haustür und stieg die Treppen hinan. Auf der dritten und letzten schimmerte schon das Licht, mit dem Frau Hulen auf den Flur getreten war, teils um ihrem jungen Herrn Lewin ihren Respekt zu bezeigen, aber noch mehr, um die dicke Efeu-Girlande über der Tür sichtbar zu machen, die sie zu seinem Empfange geflochten. »Guten Abend, Frau Hulen!« Und damit trat er erst in den Alkoven und von diesem aus in das große Vorderzimmer, das die Liebe und Sorgfalt der Alten in ähnlicher Weise festlich hergerichtet hatte. Auf dem runden Sofatische standen zwei kleine brennende Lichter, Kaffee-Geschirr und ein Napfkuchen, während eine zweite Girlande, auch von Efeu, aber schmal und zierlich und aus einzelnen Blättern zusammengenäht, die damastne Kaffee-Serviette einfasste. »Aber das ist ja, als ob ein Bräutigam einzüge, Frau Hulen. Wo kommt nur all der Efeu her?« »Kirchen-Efeu, junger Herr.« »Also von drüben?« »Ja, drüben, von der Klosterkirche. Ich habe ihn an dem linken Korbpfeiler gepflückt, wo Küster-Suse-Mils-Johanna mit dem kleinen Würmchen begraben liegt. All in eins, Mutter und Kind.« »Ja, sind nur drei, ja. Können sich der junge Herr nicht mehr entsinnen?« »Nein, was war es denn damit?« »Es soll ein Marschall gewesen sein, aber Herr Kaufmann-Ziebold hat mich ausgelacht. Es sei freilich ein Marschall gewesen, aber bloß ein französischer Logier-Marschall, was Sie bei uns einen Wachtmeister nennen.« »Na, lieber Gott, ich kann's nicht wissen. Ich bin eine alte Frau. Aber das weiß ich Marschall oder nicht, dass er einen schweren Stand haben wird. Denn es war ein gutes Kind, die Johanna, und sie hielt auf sich. Und selbst die alte Zunzen, die von jedem was weiß, wusste ihr nichts nachzusagen. Es war noch ein Glück, dass das Kind gleich tot war. Einige sagen freilich, es wäre nicht tot gewesen. Aber ich glaube es nicht. Und man soll nicht sagen, was man nicht beweisen kann. Und nun langen Sie zu, Junge, Herr, und schenken Sie sich ein, ehe der Kaffee kalt wird. Ja, Frau Hulen, das ist leichter gesagt als getan. Wo denken Sie hin, so bei Gräber-Efeu? Ach, junger Herr, da kenne ich Sie besser. Wenn die Dienstagsherren hier sind, der dicke Herr Hauptmann, der immer so spaßig ist, und der Herr von Jürgers und der Herr Himmerlich, der solche dünne Stimme hat, und ich höre dann von nebenan zu, da weiß ich schon, je lauter Sie lesen und je rührender es ist, desto mehr Tassen und Gläser muss ich bringen. Und wer dann am meisten dabei ist, das ist mein junger Herr. Nun, Frau Hulen, wenn die Sachen so liegen, dann muss ich es schon versuchen. Und dabei schenkte er sich ein und machte es sich bequem, während die Alte, um ihn nicht länger zu stören, aus dem Zimmer ging. Auf dem Tische, zu einem kleinen Fächer geordnet, lagen auch die vier, fünf Briefe, die während seiner Abwesenheit eingegangen waren. Einer von Jürgers enthielt eine kurze Anfrage, wann und wo die nächste Castaglia-Sitzung stattfinden solle. Und ein anderer, erst vor wenig Stunden geschrieben, war von Tubal, nur wenige Zeilen. Levin las, 4. Januar, seit vorgestern Abend sind wir wieder hier, Papa, der uns schon früher von Guse zurückerwartet hatte, hat auf heute, Montag, eine Soiree angesetzt. So du rechtzeitig eintriffst, lass uns nicht im Stich. Wir haben Überfluss an Herren, aber nicht an Tänzern. Die Mazurka, die vor dem Feste bei Willigs aufgeführt wurde und in der Katinka, wie du gehört haben wirst, einen ihrer Triumphe feierte, soll wiederholt werden. Du fehlst damals, sei heute da. Dein T-Punkt. Levin legte das Blatt aus der Hand, das ihn verstimmt hatte. Während der Fahrt war er geschäftig gewesen, sich diesen ersten Abend als ein häusliches Idyll auszumalen. Alles hell und Licht, in dem Frau Hulens weiße Haube, die weiße Teekanne und viele quadratisch gefaltete weiße Blätter, von denen er jedes zu beschreiben hoffte, die seinem Auge sich einschmeichelndsten Punkte waren. Und nun zerrann dieser Traum in demselben Augenblicke, in dem er ihn zu verwirklichen dachte. Er hatte weder Lust zu tanzen, noch tanzen zu sehen. Am wenigsten Katinka, deren Masurka-Partner, wie er sich aus begeisterten Schilderungen der Freunde sehr wohl entsann, Graf Beninski gewesen war. Und doch war die Einladung nicht zu umgehen. Er hatte noch zwei Stunden. Und müde von der Fahrt überwand er mit Hilfe seiner Ermattung seine Missstimmung, drückte sich in das seegrasharte Sofakissen und schlief ein. Als er erwachte, war alles dunkel im Zimmer, die kurzen Lichter niedergebrannt. Er wickelte sich aus der Decke heraus, mit der ihn Frau Hulen, während er schlief, zugedeckt hatte. Aber es kostete ihm Mühe, sich zurechtzufinden. Wo war er? Er tappte sich auf das Fenster zu und sah auf die Straße hinunter. Da waren die Laternen, die in trübem Lichte brannten. Drüben der Schatten mit den zwei kleinen Türmen, das war die Klosterkirche. »Was war es doch damit? Wer hatte doch davon erzählen?« »Richtig, die Hulen! Da war ja die Girlande und Johanna Susemehl und das Würmchen.« Und er fühlte nun, daß eine stickige Luft in dem Zimmer war und daß der betäubende Geruch des Efeus und der Lichterblag ihm einen dumpfen Kopfschmerz zugezogen hatten. »Was tun?« Er öffnete den Fensterflügel, an dessen einem Riegel er sich mechanisch gehalten hatte und atmete erst wieder freier, als die kalte Nachtluft in sein Zimmer zog. Dann klopfte er und Frau Hulen kam. »Wie spät ist es?« »Acht Uhr.« »Ach, da habe ich mich verschlafen.« »Und dies Kopf, wie ein Glas Wasser, Frau Hulen, und Licht, ich muss mich eilen.« Die Alte lief hin und her, die Kommodenkästen flogen auf und zu und eine Stunde später stieg Levin die breite Steintreppe hinauf, die er nischen, mit drei, vier Perückenkurfürsten vorüber in das erste Stock des Ladalinskischen Hauses führte. Er warf den Mantel ab, hörte, während er in dem Garderobezimmer seine Toilette ordnete, den gedämpften Strich der Geigen und schritt dann über den mit Orangerie besetzten Vorflur in das offenstehende Entree, das zwischen den beiden großen Gesellschaftssälen gelegen, gerade die Mitte der ganzen Zimmerflucht bildete. Es war im Übrigen ein Entree wie andere mehr, schmucklos, mit einem einzigen hohen, zugleich als Balkontür dienenden Fenster und zeichnete sich durch nichts aus als durch sein Deckenbild, Venus bei dem Untergange Trojas, ohnmächtig in die Arme des Zeus sinkend. Es war das Beste der alten Plafond-Gemälde und zugleich das Wohlerhaltenste. Unser Freund, wenig heimisch in der Welt der bildenden Künste, würde zu keiner Zeit ein begeistertes Auge für die Linien dieser Komposition gehabt haben. Am wenigsten hatte er es heute, wo Kopfweh, Missstimmung und ein gerade an dieser Stelle stattfindendes Gedränge ohnehin an einer eingehenden Beobachtung hinderten. Nach links hin lag der Tanzsaal. Lewin sah hinein und bemerkte, dass zwölf oder vierzehn Paare zu einer Anglaise angetreten waren. Aber Katinka fehlte. Wo war sie? Und bei dieser Frage stürmten Bilder und Gedanken auf ihn ein, die dem Versuche, sie als törig zu verbannen, nur zögernd und widerstrebend nachgaben. Er ließ nun sein Auge die Sitzreihe niedergleiten, auf der an der Längswand des Saales hin die älteren Damen Platz genommen hatten. Aber auch hier, vergebens. In der Mitte dieser Reihe saß die alte Gräfin Reale, Oberhofmeisterin der Prinzessin Ferdinand, eine Dame von siebzig oder darüber, mit einer gebogenen und doch spitz auslaufenden Nase, alles an ihr war grau, die Robe, der Schal, das hoch aufgetürmte Haar, und sie glich einem bösen Kakadu. Besonders, als sie jetzt ein schwarzes L'Oignon mit zwei großen Kristallgläsern aufsetzte und Lewin, dessen hastiges Suchen ihr aufgefallen sein mochte, verwundert und beinahe strafend ansah. Dieser schlug die Augen nieder und richtete sie ziemlich verwirrt auf die Nachbarin der alten Gräfin. Dies war ein Fräulein von Bischofswerder, Tochter des ehemaligen Ministers und Dame der Tour der Königin Witwe. Sie trug das wenige blonde Haar, das sie hatte, in zwei Locken gelegt, die jetzt aber von der Hitze des Saales ihre ohnehin spärliche Federkraft verloren hatten und in dünner, ungebührlicher Länge bis an den Gürtel hinunterhingen. Überhaupt war alles lang an ihr, der Hals und die dänischen Handschuhe, die bis zum Ellbogen hinaufreichten, und inmitten all seiner Missstimmung überkam ihnen ein Lächeln. Mamselake, sagte er vor sich hin. Er gab endlich alles weitere Suchen und Forschen auf und schritt in den nach rechts hingelegenen Saal hinüber, in dem Erfrischungen gereicht und in dicht umherstehenden Gruppen, die Neuigkeiten des Tages ausgetauscht wurden. Es waren meist ältere Herren, Adjutanten und Kammerherren der verschiedenen prinzlichen, damals sehr zahlreichen Hofstaaten, gesandte kleinere Höfe, Exzellenzen aus dem auswärtigen Departement und Abteilungschefs des Oberfinanzdirektoriums wie der Kriegs- und Domänenkammer, einige davon spezielle Freunde des Hauses, so der Intendant der königlichen Schlösser und Gärten, Herr Valentin von Masso, Schlosshauptmann von Wartensleben, Generaldirektor der königlichen Schauspiele, Freiherr von der Reck und Staatsrat und Polizeipräsident Lecoq. Auch Universitätsprofessoren, Ärzte, Geistliche und Berliner Stadtzelebritäten waren erschienen. In der ersten Fensternische standen Hofprediger Eilert und der Oberkonzestorialrat Sack in eifrigem Gespräch, während in unmittelbarer Nähe von Lewin Prof. Dr. Mursina, der damalige berühmteste Chirurg der Stadt, und der Schauspieler Fleck ein lebhaftes Gespräch führten. Lewin verstand jedes Wort und hörte deutlich, dass Mursina das Hinken Richards III. nicht korrekt finden wollte. Es hätte ihn unter anderem Umständen auf das Lebhafteste interessiert, dem Gange dieser Unterhaltung folgen zu können. Aber in der Unruhe seines Gemüts fühlte er sich nur bedrückt, auch in diesem Saale keinem näher befreundeten Gesicht zu begegnen. Von jüngeren Männern war niemand da, den er kannte, auch Beninski nicht. Und bei dieser Wahrnehmung stieg ihm plötzlich wieder das Blut in die Stirn und er wechselte die Farbe, freilich nur, um sich schon im nächsten Augenblicke wieder der Vorstellungen zu schämen, womit ihn seine Eifersucht in immer neuen Anfällen verfolgte. Endlich wurde er eines holsteinischen Baron Geerts, Hofkavaliers bei der Königin Witwe ansichtig, der mit Jürgas intim und im Ladalinskischen Hause aus- und eingehend im Laufe des Winters einigen Kastaliasitzungen beigewohnt hatte. Unser Freund näherte sich ihm und fragte nach Jürgas und Tubal. »Ich bin eben auf dem Wege zu Ihnen.« Damit schritt der Baron auf einer an der entgegengesetzten schmalen Seite des Saales befindliche Tür zu, schlug die Portiere zurück und ließ Lewin eintreten, während er selber folgte. Es war das uns wohl bekannte Arbeitszimmer des Geheimrats, das aber heute, um es als Gesellschaftsraum mitverwenden zu können, eine vollständige Umgestaltung erfahren hatte. Wo sonst das Windspiel und die Goldfischchen ihre bevorzugten Plätze hatten, standen Blumenkübel mit eben damals in die Mode gekommenen Hortensien, während vor den hohen, jeder Wegschaffung spottenden Aktenregalen dunkelrote, mit einer schwarzen griechischen Borte besetzte Gardinen ausgespannt worden waren. Nur das Bild der Frau von Lodalinski war geblieben. Der große Schreibtisch hatte einem vielfarbigen Divan und einer Anzahl zierlich vergoldeter Ebenholzstühle Platz gemacht, die sich um einen chinesisch übermalten Tisch gruppierten. Hier saßen die Freunde vor einer unverhältnismäßig großen Zahl leerer Gläser der verschiedensten Formen und Farbe und empfingen Lewin mit einem so freudelauten Zuruf, wie die gesellschaftliche Gutsitte nur irgendwie gestattete. Hauptmann Bumke und Rittmeister von Jürgers, die sich's auf dem Divan selbst bequem gemacht hatten, nahmen ihn in die Mitte, Tubal auf einem der Ebenholzstühle saß gegenüber, Baron Geertz und ein Kammerherr Graf Brühl rückten ein und schlossen den Kreis. Bumke, an der vor einer Viertelstunde schon, ehe die Angläse begann, mit Katinka gewalzt und dem beständigen Fächeln mit seinem Batisttuch nachzuschließen, die gehabten Anstrengungen noch immer nicht überwunden hatte, hatte das Wort, es will nicht mehr gehen, Tubal. Und doch tanzte sich mit ihrer Schwester, wie mit einer Fee, wo sie nur sein mag, warf Graf Brühl ein, ich suche sie seit zehn Minuten, aber umsonst. Sie kleidet sich um für die Massurka, erwiderte Tubal. Und wie sie mich abgeführt hat, fuhr Bumke fort, einen Diener heranwinkend, der mit einem Sherry-Tablett eben in der Tür erschien. Ich wollte ihr etwas Verbindliches sagen. Delizöser Sherry! Baron Geertz, lassen Sie die Gelegenheit nicht vorübergehen! Und so sagte ich ihr, mein gnädigstes Fräulein, sagte ich, wenn ich zu ihren vollen Namen höre, Katinka von Ladalinska, da ist es mir immer wie Janitschernmusik. Ja, auf Ehre! Es tingelt und klingelt wie das Glockenspiel vom Regiment Altlarisch. Und was antwortete sie, fragte Jürgas, während Lewin und Tubal Blicke wechselten. Sie antwortete kurz, da passen wir ja zusammen. Und als ich nichts Gutes ahnend etwas verlegen anklopfte, darf ich fragen, wie, mein gnädigstes Fräulein? Da sagte sie aber Hauptmann Bumke, es überrascht mich einigermaßen, ihr feines Ohr auf die musikalische Bedeutung von anderer Leute Namen beschränkt zu sehen. Muss ich Ihnen wirklich das Instrument erst nennen, das sozusagen von Ihrer ersten Namenssilbe lebt? Und dabei nahmen Sie meinen Arm, und ich mußte ihr schließlich noch dankbar sein, in dem eben wieder beginnenden Tanze meine Verlegenheit verbergen zu können. Die ganze Tafelrunde stimmte lachend in die Heiterkeit des sich selbst persiflierenden Erzählers ein, und nur Jürgas, während er sorgfältig ein Korkbröckelchen aus seinem Sherryglase herausfischte, gefiel sich in einer Haltung erkünstelten Ernstes. Ihnen ist nicht zu helfen, Bumke. Warum tanzen Sie noch? Wer sich in Gefahr begibt, kommt drin um. Aber ich kenne Euch, Ihr Herren von der Infanterie, das ist die Eitelkeit aller dicken Kapitäns durch einen raschen Walzer, ihre Schlankheit beweisen oder gar wiederherstellen zu wollen. Nein, Bumke, Sie tanzen entweder zu viel oder zu wenig. Zu viel für das Vergnügen, zu wenig für die Kur. Tanzen ist Lieutenants Sache. Mit 39 ist man ein Mann der Déjeuners, der kurzen und der langen Sitzungen, und wenn es eine Castaglia-Sitzung wäre. Apropos Levin, wann haben wir die nächste? Wenn wir den Dienstag festhalten? Morgen. Mir recht. Und ich werde es Hansen Grell und die anderen wissen lassen. Himmelis und Rabatzkis sind wir sicher. Aber wie steht's mit Ihnen, Tubal? Unseres Freundes Bumke, der, wie ich wahrzunehmen glaube, wegen indiskreter Enthüllung seines Lebensalters mit mir zürrt, werde ich mich persönlich zu bemächtigen wissen. Es darf niemand fehlen. Denn, nach wie vor beflissen, dem ermattenden Springquil der Castaglia einen neuen Sprudel zu geben, habe ich abermals für frische Kräfte Sorge getragen. Ich sage Kräfte beachten Sie dem Plural. Es sind eben Ihrer zwei, mit denen ich komme, zwei verwundete Kameraden. Weiteres Morgen, wenn ich die Ehre haben werde, Ihnen die beiden Herren vorzustellen. Heute nur noch das. Es waren Ihrer Zeit Poeten, wie wir deren Wohl oder Übel jetzt so viele unter unseren jungen Lieutenants haben. Aber die Kampagnen, die spanische und die russische, denn in der Tat, beide Herren treffen wir von Nord und Süd her in unserer guten Stadt Berlin zusammen, haben ihnen nach der Seite der Dichtung hin nichts abgeworfen. Smolensk und Borodino lagen nicht günstig für die Lyrik. Was sie mitgebracht haben, sind Wunden und Tagebuchblätter. Aber auch das muss willkommen sein. Und ist es, bestätigte Lewin, der sich jetzt erhob, um in den Tanzsaal zurückzukehren. Dies gab das Zeichen für alle, selbst Bumke der eben gehörten Ermahnungen. Uneingedenk schob das erst halbgeleerte Glas beiseite und folgte. Sie hätten den Moment nicht glücklicher wählen können. Die vier Masurka-Paare, Beninski und Katinka, dazu die schliesischen Grafen Maduschka, Seher Tos und Sirotin, mit ihren jungen und schönen Frauen, waren eben zum Tanze angetreten, Herren und Damen in einem Kostüm, das ohne streng national zu sein, das polnische Element, wenigstens in quadratischen Mützen und kurzen Pelzröcken, andeutete. Es waren jene vier Paare, deren Tubal in seinem Billett erwähnt und die schon auf der Wielischen Soiree geglänzt hatten. Und nun begann der Tanz, der damals in den Gesellschaften unserer Hauptstadt Mode werden, dennoch, wenn Polen oder Schlesier von jenseits der Oder zugegen waren, in begründeter Furcht vor ihrer Überlegenheit immer nur von diesen getanzt zu werden, pflegte. Alles hatte sich des grad süßen Schauspiels halber herzugedrängt, so daß es schwer hielt, in Nähe der Tür noch einen Platz zu gewinnen. Bumke, dessen en bon point die Schwierigkeiten verdoppelte, gab es auf, sich neben dem riesengroßen Major von Hake und der Doppelkonzestorialratsfigur des Oberhofpredigers Sack siegreich zu behaupten und kehrte in das Sanktuarium zurück, wo er zu seiner nicht geringen Überraschung Jürgas und Baron Geerts in den zwei Divan-Ecken bereits wieder vorfand. Trisfation Collegium, ich verzeichne diesen Tag als den Tag ihrer Bekehrung, empfing ihn Jürgas, besser spät als nie. Neben dem Tanzen ist das Tanzen Sehen das Schlimmste, schon um der Verführung willen, die notorisch in allem Conspektus liegt. Ein Livret-Diener, augenscheinlich für diesen Abend nur eingekleidet, ging vorüber. Alle Teufel, Grötzmacher, wo kommen Sie hierher? Aber das trifft sich gut. Ein Klikot, gute Seele! Dann zu Baron Geerts sich wendend, den die Vertraulichkeit überrascht haben mochte, sagte er, unser ehemaliger Regimentsfriseur von Gücking-Husaren. Der Diener kam zurück und setzte zwinkernd eine Flasche mit blankem Kork auf den Tisch. Lewin hatte sich mittlerweile bis in die vorderste Reihe der Zuschauer geschoben und überblickte wieder den Saal wie er eine halbe Stunde vorher. Von den vier Paaren, die sich in zierlicher Bewegung drehten, sah er nur eins. Und während er hingerissen war von der Schönheit der Erscheinung, beschlich ihn doch zugleich das Schmerzlichste der Gefühle, das Gefühl des Zurückstehenmüsens und des Besiegtseins, nicht durch Laune oder Zufall, sondern durch die wirkliche Überlegenheit seines Nebenbruders. Er empfand es selbst. Alles, was er sah, war Kraft, Grazie, Leidenschaft. Was bedeutete daneben sein gutes Herz? Ein Lächeln zuckte um seine Lippen, er kam sich matt, nüchtern langweilig vor. Die alte Gräfin Reale, seiner ansichtig werdend, setzte wieder die großen Kristallgläser auf und ließ nach kurzer Musterung und das Lorient Fallen mit einer Miene, die das Urteil, das er sich selber eben ausgestellt hatte, untersiedeln zu wollen schien. Die beiden Locken des Fräuleins von Bischofswerder hingen noch länger und trübseliger herab. Es schien ihm alles ein Zeichen. Der Tanz war vorüber, alles drängte in den Saal, um den vier reizenden Damen Dank und Bewunderung auszusprechen. Auch Bumke und Jurgas zeigten sich und schienen durch ihr plötzliches Wiedererscheinen ihre halbstündige Abwesenheit verleugnen zu wollen. Unter dem Beglückwünschenden war auch der alte Ladalinski selbst. Er plauderte eben mit der schönen Gräfin Matuschka, die, soweit da und da ihr mitsprachen, sich siegreich selbst neben Katinka behauptet hatte, als einer der Lakaien an ihn herantrat und ihm etwas ins Ohr flüsterte. Der Geheimrat setzte noch einen Augenblick die Unterhaltung fort, verbeugte sich dann gegen die junge Gräfin und folgte dem Diener. Auf dem Vorflur fand er einen Boten aus dem auswärtigen Departement, der ihm ein kuvertiertes Schreiben überreichte. Der Geheimrat, in Verlegenheit, wo er von dem Inhalt desselben Kenntnis nehmen sollte, trat in das Garderobezimmer und erbrach das Schreiben. Es waren nur wenige Worte. Er sagte, Jörg hat kapituliert. Ein Adjutant McDonalds brachte dem französischen Gesandten die Nachricht. Der Staatskanzler fährt eben zum König. »Wer gab Ihnen den Brief?«, fragte Ladalinski. Der Bote nannte den Namen einer dem Ladalinskischen Hause befreundeten Exzellenz, die zugleich die rechte Hand Hardenbergs war. »Ich lasse seiner Exzellenz meinen Dank und meinen Respekt vermelden.« Damit steckte der Geheimrat das Schreiben zu sich und kehrte in die Gesellschaft zurück. Er war entschlossen zu schweigen. Als er aber an dem Mittelfenster des Saals Katinka und Beninski und gleich darauf auch Tubal in eifrigem Gespräche sah, ließ es ihm keine Ruhe und er schritt auf die Plaudernden zu. »Ich habe Euch eine Mitteilung zu machen, auch Ihnen, Graf, aber nicht hier.« Ohne eine Antwort abzuwarten, wandte er sich nach dem zunächst gelegenen Seitenzimmer, das für gewöhnlich von Katinka bewohnt, heute, wie sein eigenes Arbeitskabinett, mit in die Reihe der Empfangsräume hineingezogen worden war. Einige Paare, deren Herzensbeziehungen vielleicht nicht älter waren als dieser Abend, hatten in der Stille dieses ohnehin nur durch wenige Lichter und eine rubinrote Ampel erleuchteten Boudoirs eine Zuflucht gesucht. »Jetzt aufgescheucht verließen Sie, je nach Ihrem Temperament, heiterer oder mit einem Anfluge von Verstimmung, Ihre Plätze.« Katinka wies auf die Stühle, die frei geworden waren, aber Ladalinski sagte, »Nehmen wir nicht Platz, wir können uns ohnehin der Gesellschaft nicht entziehen. Was ich zu sagen habe, ist kurz.« »Jörg hat kapituliert.« »Ibja«, bemerkte Katinka, offenbar enttäuscht, nach all dem Ernst, den ihr Vater zur Schau getragen hatte, nichts weiter zu hören als das. Sie war durchaus unpolitisch und kannte nur Persönliches und Persönlichkeiten. Katinka, rief der Graf in der Erregung des Moments, sich in einen Augenblick vergessend, verbesserte sich aber schnell und setzte mit Förmlichkeit hinzu, »mein gnädigstes Fräulein«.« In seiner Stimme klang ein leiser Vorwurf. Dann zu dem Geheimrat sich wenden, dem der Wechsel in der Anrede »Erst vertraulich, dann förmlich« nicht entgangen war, sagte er »Kapitulation«. »Das heißt, er ist zu den Russen übergegangen.« »Ich vermute es.« Beninski stampfte mit dem Fuße, »und das nennen sie Treue, hierzulande.« Dann und wann erschien ein Kopf an der Portiere, um ebenso schnell wieder zu verschwinden. Der Graf aber, in seiner Erregung weder das eine noch das andere wahrnehmend, fuhr mit Bitterkeit fort, »oh, dieses ewige Lied von der deutschen Treue. Jeder lernt es, jeder singt es, und sie singen es so lange, bis sie es selber glauben. Die Stare müssen es hierzulande pfeifen. Ich bin ganz sicher, dass dieser General Jörg alles verachtet, was nicht einen preußischen Rock trägt. Und das Ende davon heißt Kapitulation.« Eine peinliche Pause folgte. Keiner vermochte, das rechte Wort zu finden. Und während in dem alten Latalinski sich polnisches Blut und preußische Doktrin wie Feuer und Wasser befädeten, fühlte Katinka, dass sie durch ihr unbedachtes Epiherr diesen Sturm zur Hälfte herauf verschworen hatte. Tubal faßte sich zuerst, »Ich glaube, Graf, ihr Eifer verwirrt ihr Urteil. Sie wissen, wie ich stehe. Überdies sichert mich meine Geburt gegen den Verdacht eines engherzigen Preußentums.« Der Geheimrat wurde befangen. Tubal aber, der es nicht sah oder nicht sehen wollte, sprach in ruhigem Tone weiter, »nehmen wir den Fall, wie er liegt. Was geschehen ist, ist ein politischer Akt.« »Solange es eine Geschichte gibt, haben sich Umwälzungen, auch die segensreichsten, durch einen Wort- oder Treubruch eingeleitet. Ich erspare Ihnen und mir die Aufzählung. Wenn es Ausnahmen gibt, so sind es Ihre nicht viele. Oder kluge Vorsorglichkeiten haben das Odium zu Eskamotieren gewußt.« Der alter Ladalinski atmete auf. Während Tubal fortfuhr, »Wer vor große, jenseits des Alltäglichen liegende Aufgaben gestellt wird, der soll sich ihnen nicht entziehen. Am wenigsten sich zum Knecht landläufiger Begriffe von Ruf und gutem Namen machen. Er soll nicht kleinmütig vor Verantwortung zurückschrecken. Denn darauf läuft diese ganze Ehrensorge hinaus. Mit Gott und sich selber hat er sich zu vernehmen. Er soll sich zum Opfer bringen können. Sich, Leben, Ehre. Geschieht es in Recht im Geiste, so wird er die Ehre, die er einsetzt, doppelt wiedergewinnen. Das ist der ewige Widerstreit der Pflichten, zwischen deren Wert es abzuwägen gilt. Eine Treue kann die andere ausschließen. Wo die Bewährung der einen durch die Verletzung der anderen erkauft werden muss, da wird freilich immer ein bitterer Beigeschmack bleiben. Aber gerade der, der diesen Beigeschmack am bittersten empfindet, wird aus den reinsten Beweggründen heraus gehandelt haben. »Und es ist General York, an den Sie dabei denken?« fragte Beninski mit einem Anfluge von Spott. Gerade an ihn dachte ich. Kurzgraf, Sie dürfen ihn verurteilen? Nicht verdächtigen. Was seine Tat gilt, wird sich zeigen. Seine Ehre aber, wie sie meines Schutzes nicht bedarf, sollte gegen jeden Zweifel oder Angriff gesichert sein. Es schien, daß Beninski antworten wollte, aber die Musik begann wieder, und die jetzt halb zurückgeschlagene Portiere ließ erkennen, daß die Paare zu einem Gondre zusammentraten. Katinka mit dem jungen Grafen Brühl engagiert, mahnte zum Abbruch des Gesprächs, daß ohnehin andere Wege gegangen und von längerer Dauer gewesen war, als der Geheimrat bei Beginn desselben vorausgesehen hatte. Manches war ihm peinlich gewesen. Nur Tubals gute Haltung hatte ihn mit diesem Peinlichen wieder versöhnt. Ehe der Gondre zu Ende war, wußte die ganze Gesellschaft von dem großen Ereignis. Die Wirkung war um vieles geringer, als erwartet werden durfte. Die Herren versicherten, daß sie nicht überrascht seien, daß ich vielmehr nur ein Unausbleibliches vollzogen habe. Die Damen dachten der Mehrzahl nach wie Katinka und waren nur klug genug mit einem gleichmütigen Ebbian. zurückzuhalten. Aber wie gering die Wirkung sein mochte, sie war doch groß genug, eine gewisse Zerstreutheit hervorzurufen und dadurch die Gesellschaft zu stören. Schon um zwölf fuhren die ersten Wagen vor und ehe eine halbe Stunde um war, hatten sich die Säle geleert. Bumke, Jürgers, Lewin, zu denen sich auch Baron Geertz und der alle anderen beinahe um Haupteslänge überragende Major von Hake gesellt hatten, gingen zusammen die Treppe hinunter. Unten trennte sich Lewin von ihnen, die vier anderen Herren aber hatten denselben Weg und schritten auf die lange Brücke zu. Als sie die Mitte derselben erreicht hatten, sahen sie zu dem Reiterstandbild des großen Kurfürsten auf, das in seiner oberen Hälfte vom Marschstall und alten Postgebäude her, in deren Fenstern noch Licht war, beleuchtet wurde. Der prächtige Kopf schien zu lächeln. »Seht«, sagte Jürgers, »er sieht nicht aus, als ob es mit uns zu Ende ginge.« »Seht«, sagte Jürgers, »er sieht nicht aus, als ob es mit uns zu Ende ginge.«